Dithmarschen Dithmarschen ist ein Kreis an der Nordseeküste von Schleswig-Holstein und umfasst dabei den südlichen Küstenabschnitt zwischen den Flüssen Eider und Elbe. Der Übergang zum restlichen Holstein wird heute durch den Nordostseekanal abgebildet. Dithmarschen gehört überwiegend zur Großlandschaft kontinentalen Nordseeküste. Weitere Ziele Eidersperrwerkschleuse Brunsbüttel Nordostseekanal Hintergrund Dithmarschen war seit dem späten Mittelalter bis 1559 eine freie Bauernrepublik. Nach 1559 kam es zum Herzogtum Holstein. Norder Dithmarschen wurde von den Gottdäufer Herzögen regiert, herzoglicher Anteil, während Süder Dithmarschen vom dänischen König in Eigenschaft als Herzog von Holstein, königlicher Anteil, regiert wurde. Heute ist Dithmarschen ein Landkreis im deutschen Bundesland Schleswig-Holstein. Die Landschaft besteht großteils aus Marschland, Köge. Im Gegensatz zum Großteil der niederländischen und deutschen Nordseeküste war Dithmarschen nie frisisch geprägt, sondern wurde von Sachsen bewohnt. Sprache in Dithmarschen ist das Dithmarscher Platt, Niederdeutsche, weit verbreitet. Anreise der Dithmarschen von allen Seiten von Wasser umgeben ist, führt der Weg in die Region über Brücken und Fähren. Mit dem Flugzeug Der ist der nächstgelegene Verkehrsflughafen. Der verfügt über eine befeuerte Start- und Landebahn für Flugzeuge bis 5,7 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht. Hierher gibt es eine Flugverbindung von Helgoland mit der UOFT. Der Flugplatz befindet sich auf dem Gebiet der Gemeinde Österreichstrick, nordöstlich von Büsum, direkt an der. Nach Österreichstrick besteht Busverkehr aus Heide und Büsum. Betreiber ist der Dithmarscher Luftsportverein. St. Michaeliston ist mit der Nordostseebahn aus Itzehoe und Heide erreichbar. Mit dem Auto die Bundesstraße verbindet Hamburg direkt mit Heide in Dithmarschen und ist die wichtigste Verkehrsverbindung zur Außenwelt. Möchte man die schöne Natur genießen, verlässt man die Bundesstraße in Itzehoe und fährt von dort aus über die Bundesstraße nach Brunsbüttel, Marne, Mehldorf und Lunden. Nach Husum und Nordfriesland führt ebenfalls die Bundesstraße. Nach Kiel und Rendsburg führt die Bundesstraße. Mit der Bahn im Intercity von Hamburg Hauptbahnhof direkt nach Heide. Mit der Regionalexpresslinie 6, RE6, von Hamburg-Altona Richtung Westerland-Sylt nach Heide-Holstein und Lunden. Züge der Regionalbahnlinie 62, RE62, halten auch in Burg, St. Michaeliston und Mehldorf. In Heide haben sie Anschlussmöglichkeiten zu der AB 63 nach Büsum, Wesselburen und Albersdorf. Mit dem Fahrrad über den Nordseeküstenradweg, den Elberadweg oder die Inokar-Route. Mit der Bahn von Heide bis Itzehoe fährt stündlich eine Nordbahn mit Halt in Mehldorf, St. Michaeliston und Burg. Mit dem Bus Mit dem Dithmarschen-Bus kann man durch verschiedene Teile Dithmarschens fahren. Der Rudi, Rufbus Dithmarschen, fährt, wenn man ihn gebraucht. Ein Anruf 45 Minuten vor Fahrwunsch genügt, damit der Rufbus pünktlich an der Haltestelle ist. Alle vorgegebenen Zeiten sind im aktuellen Fahrplan zu finden. Der Omnibus-Betrieb E-Schwarz macht Ausflugsfahren durch ganz Deutschland, auch Tagestouren. Der Bürgerbus Dithmarschen-Süd soll dazu dienen die Dörfer mit den Städten zu verbinden. Ehrenamtliche Fahrer fahren ab dem 22. Januar. Mit der Fähre Die Bargener Fähre fährt von Erftebargen nach Delvisch-Wienhosen über die Eider. Transportiert werden können Fußgänger und Radfahrer. Kanalfähren Es gibt in folgenden Orten Fähren, die über den Nord-Ostsee-Kanal führen, Brunsbüttel, Ostermoor, Kudensee, Burg, Hochdonn, Hohenhörn. Mit dem Mietwagen über Regionalmietwagenvermieter haben Vermietstationen in mehreren Orten in Dithmarschen, und andere auch in Büsom-Gios Fahrradverleih, Allee-Straße 50a, 25.761 Büsom Fahrradverleih Detlefs, Westerstraße 14, 25.761 Büsom Fahrradverleih Bruns, Wilhelm-Külper-Straße 16, 25.761 Büsom Fahrradverleih Gosch, Friedrich-Pauelsen-Straße 37, 25.761 Büsom Fahrradverleih. Fahrradverleih Köhn, Pormann-Straße 15, 25.761 Büsom Fahrradverleih Subatar, Hummergrund 4 bis 6, 25.761 Büsom Mike's Bikes, Strandstraße 17, 25.761 Büsom Fahrradverleih. Fahrradverleih Minetemann, Nordseestraße 27, 25.761 Büsom Fahrradverleih Petersen, Führerweg 9, 25.761 Büsom. Büsommer Deichhausen Fahrradverleih Höck, Wiesengrund 11, 25.761 Büsommer Deichhausen Fahrradverleih Ralfs, Achtern Diek 12, 25.761 Büsommer Deichhausen. Friedrichs-Kuck-Klassenfahrradverleih U. Verkauf, Hogen 12, 25.718 Friedrichs-Kuck Fahrradverleih Lauritzen, Kuckstraße 132, 25.718 Friedrichs-Kuck. Nationalpark Schleswig-Holsteiniesches Wattenmeer Die wunderschöne Landschaft des Nationalparks Wattenmeer verfügt über eine Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten. Der Nationalpark Schleswig-Holsteiniesches Wattenmeer reicht von der deutsch-dänischen Grenze bis hin zur Elbmündung. Mit einer Fläche von 4.410 Quadratkilometern handelt es sich hierbei um den größten Nationalpark Deutschlands. Nordostseekanal Der Nordostseekanal gilt als meist befahrene Schifffahrtsstraße der Welt. Auf einer Länge von insgesamt ca. 100 Kilometer verbindet er Brunsbüttel und Kiel-Holtenau. Für Schifffahrer bedeutet der Kanal eine enorme Zeit- und Kostenersparnis, denn er bietet eine Abkürzung von rund 450 Kilometer. Schleusen in Brunsbüttel Der unterschiedliche Wasserstand zwischen Nordostseekanal und Elbe wird mithilfe der Schleuse ausgeglichen. Die hineinfahrenden Schiffe werden auf die erforderliche Höhe angehoben oder gesenkt. Ein Schleusungsvergang dauert 45 Minuten und die Schleusen haben Tag und Nacht geöffnet. In Brunsbüttel gibt es zwei Schleusen, eine große und eine kleine. Jeder von ihnen verfügt über zwei Schleusenkammern. Momentan wird an einer weiteren Schleusenkammer gebaut. Diese soll im Jahre 2020 fertiggestellt werden. Aufgrund von dringend nötigen Sanierungsarbeiten wird die fünfte Schleusenkammer gebaut. Das Verkehrsaufkommen ist zu groß und eine Schleusung wäre beim Fehlen einer Kammer nicht möglich. Bei Interesse gibt es die Möglichkeit an einer Schleusenführung teilzunehmen. Meldorfer Dom Die St. Johanneskirche in Meldorf ist meist nur als Meldorfer Dom bekannt. Er gilt als einer der bedeutsamsten mittelalterlichen Kirchenbauten an der Westküste. Egal aus welcher Richtung man nach Meldorf kommt, das erste was man sieht ist der Meldorfer Dom. Das erste Gebäude wurde zwischen 810 und 826 gebaut und stand bei damaligem Küstenverlauf direkt an der Nordsee, weshalb er auch als Seezeichen genutzt wurde. Erst durch die Landgewinnung geriet der Meldorfer Dom immer weiter ins Binnenland hinein. Bis 1140 war sie die einzige Kirche im Gebiet. Das heutige Gebäude ist zwischen 1250 und 1300 entstanden. Es wurde im Stil der Backsteingothik gebaut und verfügt über einen 59 Meter hohen Turm. Heute ist der Meldorfer Domsitz des Kirchenkreises Dittmarschens. Momentan wird die Kirche grundlegend renoviert. Aufgrund des Domes ist Meldorf auch als die Domstadt im Herzen Dittmarschens bekannt. Marschenbahn-Dreisine zwischen St. Michaelisdon und Marne Von Mai bis Oktober besteht die Möglichkeit auf der etwa 9 Kilometer langen Strecke zwischen Marne und St. Michaelisdon mit einer Fahrradreisine zu fahren. Entdecken Sie auf Ihrer Fahrt die abwechslungsreichen Naturlandschaft. Bei kräftigem Wind besteht die Möglichkeit ein Segel aufzuspannen, das einem das Treten etwas erleichtert. Radfahren Das flache Land Dittmarschens ist perfekt geeignet für ausgiebige Radtouren. Insgesamt verfügt die Region über 1100 Kilometer lange, gut ausgehehschilderte Radwege. Vergessen Sie doch einmal den ganzen Stress des Alltages, genießen Sie die schöne Natur, die Sie umgibt und lassen Sie sich den frischen Wind um die Nase wehen. Egal ob entlang des Nordseeküstenradweges, des Elberradweges, der NOK-Route oder einer individuell gestalteten Radtour, Dittmarschen bietet perfekte Voraussetzungen, um sich den Kopf frei zu radeln. Wandern Das flache Land Dittmarschens eignet sich perfekt, um es zu Fuß zu erkunden. Laufen Sie entlang des Nord-Ostseekanal und sehen Sie sich die vorbeifahrenden Schiffe an. Laufen Sie entlang der über 80 Kilometer langen Deichlein oder wandern seit doch einmal durchs Watt und spüren Sie den Meeresboden unter den Füßen. Wassersport Dittmarschen ist ideal zum Kite- und Windsurfen geeignet. Einer der beliebter Surf-Sports ist der Speicherkook. Hier gibt es eine Surfschule für Leute, die das Surfen noch lernen wollen. Auch im Nordsee-Halbert-Büsum gibt es eine Wassersportschule. An der Alder hingegen kann man die wunderschöne Natur um einem herum bei einer Kanufahrt genießen. Golfgut Apeldeur Apeldeur 225779 Hennstedt Golf am Donnerkleve Alte Landstraße 125693 St. Michaelisdon. Paintbowl Paintbowl Dittmarschen Erwin-Bahn-Straße 1225712 Burg Küche Das traditionelle Gerichte sind Mehlbüdel, Mehlbeutel, ist ein salziger, mit Eiern gelockerter und mit Zitronenschale Gewürz hermehlklos. Der zubereitete Teig wird in ein Tuch eingeschlagen und im Topf gegart. Der fertige Mehlbeutel wird mit Zucker, flüssiger Butter du Schweinebackenfleisch verzehrt. Die Krabben, Nordsee-Garnelen, landen in Dittmarschenfang frisch auf dem Teller. Frisch gefangene Krabben sind grau, aber schon beim Kochen an Bord erhalten sie ihre rötliche Farbe. Egal ob traditionell, ausgefein oder rustikal zubereitet, in Dittmarschen kommt jeder Krabbenliebhaber auf seine Kosten. Besonders beliebte Gerichte sind Krabbenbrot mit Spiegelei oder das bekannte Krabbenbrötchen. Seit dem späten 19. Jahrhundert wird auch vermehrt Kohl gegessen. Wer im Sommer durch Dittmarschen fährt, dem wird mit hoher Wahrscheinlichkeit mal ein Feld mit Kohlköpfen begegnen. Kohl schmeckt nicht nur lecker, er ist auch noch gesund. Das runde Gemüse gibt es in vielen verschiedenen Varianten wie zum Beispiel Weißkohl, Rotkohl oder Spitzkohl. Besonders beliebt sind auch die Grünkohlsuppe oder die Kohlrouladen. Überregional kulinarisch bekannt ist der Name Dittmarschen vor allem durch das Dittmarscher Pilsener der Brauerei Karl Hintzen-Marne. Bei den regionalen Getränken ist aber auch der Dittmarscher Eierkaffee bekannt. Geheimtipp Ein beliebtes Ziel in Dittmarschen sind die vielen Landcafés. Jeder dieser ist individuell eingerichtet und entzückt auf seine ganz eigene Weise. Kosten Sie gerne ein Stück Torte nach Omas Geheimrezept oder genießen Sie eine leckere Tasse Kaffee. Einkaufen Die MAK Passage Heide ist ein Einkaufszentrum und wurde im März 2017 eröffnet. Auf der großzügigen Verkaufsfläche sind Läden wie Kaufland, C&A, Schuhpark, Mr. Lady, New York Nails, New Yorker, Bäckerei von Allwörden, Unli und Eja Lin Lin. Die Passage verfügt über ein Parkhaus mit 350 Parkflächen. Geheimtipp Typisch für Dittmarschen sind die verschiedenen Hofläden. Es gibt eine große Auswahl an frischem, knackigem Gemüse. Jeder einzelne Hofladen bietet ein individuelles Sortiment an, über Karotten, Kartoffeln und verschiedene Kohlseuten bis hin zu Milch- und Fleischprodukten. Bars Schumacherort, Kneitenmeile, 257.476 Heide Kulturkneipe Bornholzingelstraße 14 25704 Mehldorf Lord Nelsons, Irish Pub, Markt 1125.541 Brunsbüttel Diskotheken Stadttheater Rosenstraße 15 1925.746 Heide-Holsteinisches Haus Norderstraße 11 25709 Mahne Dittmarschen Halle Rosenstraße 6 25704 Mehldorf Balazohauptstraße 27 25794 Balen Unterkünfte Ferienwohnungen, Ferienhäuser, Privatzimmer und Hotels Dittmarschen ist das ideale Urlaubsziel für Groß und Klein. Das Nordseeland bietet für jeden das ideale Wunschquartier in perfekter Lage. Hier finden Sie Ihre perfekte Ferienwohnung, Ihr perfektes Ferienhaus oder Ihr perfektes Zimmer. Mittelpunkt hat die tps www.dittmarschen.de Unterkünfte Gastgeber suchen buchen Camping Egal ob an der Nordsee, am Nordostseekanal, an der Eider oder im Landesinneren Dittmarschens, die Region ist für einen Campingurlaub wie geschaffen. Hier finden Sie eine Liste der Camping- und Wohnmobilstellplätze in Dittmarschen. Mittelpunkt hat die tps www.dittmarschen.de Ferien auf dem Bauernhof Erleben Sie ein richtiges Abenteuer und erleben Sie das Leben auf dem Bauernhof. Sie sind den Tieren ganz nah und genießen Sie die Idylle. Ein Spaß für die ganze Familie. Hier finden Sie den idealen Bauernhof für Ihren nächsten Urlaub. Mittelpunkt hat die tps www.dittmarschen.de Unterkünfte Gastgeber Ferien auf dem Bauernhof Jugendherbergen Die Jugendherbergen in Dittmarschen eignen sich optimal als Ausgangspunkt für tolle Ausflugsmöglichkeiten. Hier finden Sie eine Liste der Jugendherbergen in Dittmarschen. Mittelpunkt hat die tps www.dittmarschen.de Unterkünfte Gastgeber Jugendherbergen Apotheken zur Liste mit Apotheken in Dittmarschen gelangen Sie hier. Mittelpunkt hat die tps www.abonet.de Service Notdienst Apotheke finden Suchergebnis Schrägstrich 0 Schrägstrich 25746. HTML Ärzte zum Ärzte Verzeichnis Dittmarschens gelangen Sie hier. Mittelpunkt hat die tps www.branchenbuchdeutschland.de Ausflüge Das hat in dem historischen Gebäude der alten Sauerkrautfabrik sein Zuhause. In der Krautwerkstatt kann man erleben, wie der Dittmarscher Kohl zum leckeren Sauerkraut verarbeitet wird. Es gibt viel zu erfahren über die Herstellung, Verarbeitung und Hintergründe, vom Kohlkopf bis zu den Inhaltsstoffen. Es sind im Kohlmuseum uralte Werkzeuge, Musterbeete, alte Zeitzeugen und Bildergeschichten zu besichtigen. Im Shop, dem Bauernmarkt, finden man Gaumenfreuden rund um den Kohl- und Pflegeangebote aus eigener Herstellung. Familienlagune Perlebucht in Büsum Im Jahr 2012 wurde die Familienlagune Perlebucht in Büsum komplett neu gestaltet und lockt viele Urlauer und auch Tagestouristen nach Büsum. Es gibt auf der Insel ein Bade- und ein Wassersportbecken, somit ist der Spaß vorprogrammiert. Neben einer attraktiven Promenade mit Gastronomie, Schließfächern und dem DLRG, die auf der sogenannten Watteninsel zu finden sind, führt eine terrassenartige Treppe direkt in das Watt hinein. Mit neuen Spielgeräten, Klettergerüsten, Hängematten, Schaukeln und Platz zum Buddeln lädt der Familienbereich zum Spielen und Toben ein. Zusätzlich sind auch ein Volleyball- und ein Beachsoccer-Feld zu finden. Auch Wassersportler kommen nicht zu kurz, denn es gibt 100,00 Quadratmeter Wasserfläche auf der gesurft werden kann. Ganz neu sind die vier Schlafstrandkörbe auf der Familienlagune Perlebucht. Steinzeitpark in Albersdorf Der Steinzeitpark Alberdorf, auch AÖ Sagenand, ist ein archäologisches Open-Air-Museum, das sich auf einem ca. 40 Hektar großen Freigelände befindet. Es rekonstruiert die Zeit der ersten Ackerbauern und Viehzüchtern Norddeutschlands vor etwa 5000 Jahren. Sie können den Alltag unserer Uranen nachempfinden. Ein immer wechselndes Programm und die Steinzeitführer machen den Besuch zu einem unvergesslichen Event. Schnell können sich die Besucher in die Lage der Menschen hineinversetzen, die zur Zeit der Jugendsteinzeit gelebt haben und merken wie zeitaufwendig und anstrengend die Arbeit damals war. Waldmuseum in Burg in einem 21 Meter hohen Aussichtsturm ist das Bürgerwaldmuseum untergebracht. Von hier haben Sie einen wunderbaren Ausblick über die ganze Umgebung. Das Museum verfügt über einen umfangreichen Sammlungsbestand über das Ökosystem Wald, über Natur- und Artenschutz und die Jagd. Im Waldmuseum lernen Sie die heimische Tier- und Pflanzenwelt kennen. Sie können beispielsweise das Quaken der Frösche oder den Gesang der Vögel hören. Sie können auch live einen Vogel im Brutverhalten beobachten oder lernen die Jahresringe der Bäume zu lesen.